Herzlich willkommen zu Zürich. Bienvenue in Zürich. Bienvenue in Zürich. Callo surisate, si Zürich. Servetulo a Zürich. Les damos nuestra cordial bienvenida in Zürich. Dobra dorschi, Zürich. Soyez les bienvenus a Zürich. Welcome to Zürich. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Stadtrats heisse ich Sie in Zürich herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Vielleicht haben Sie eine neue Arbeitsstelle in Zürich. Vielleicht haben Sie ein Studium begonnen. Oder Sie sind wegen Ihrer Partnerschaft nach Zürich gezogen. Welche Gründe Sie auch immer nach Zürich geführt haben, Sie sind nun eine Zürcherin oder ein Zürcher. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass Sie sich ganz selbstverständlich als Teil unserer Gesellschaft fühlen. Sich mit Ihren Ideen und Anliegen einbringen und unsere Angebote und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Um Ihnen den Start und das Einleben in Zürich leichter zu machen, steht Ihnen das Team unserer städtischen Integrationsförderung mit zahlreichen Informationen, Kursangeboten und persönlicher Beratung zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in unserer Stadt und hoffe, dass Sie sich möglichst rasch hier zu Hause fühlen. Sie sind neu in Zürich und haben wahrscheinlich viele Fragen. Wer in eine fremde Stadt zieht, muss sich zuerst einmal orientieren und zurechtfinden. Wie lerne ich am besten schnell Deutsch? Wie funktioniert das Schulsystem? Welche Krankenversicherung brauche ich? Wo kann ich eine Parkkarte für mein Auto erhalten? Wie muss man den Abfall entsorgen? Wie kann ich mich aktiv am sozialen Leben beteiligen? Bei der Suche nach Antworten auf diese vielzähligen Fragen stellt die Integrationsförderung Ihnen verschiedene Unterstützungsangebote zur Verfügung. Es ist uns wichtig, dass alle Stadtbewohnerinnen und Bewohner gleichermaßen von den Angeboten und Dienstleistungen der Stadt Zürich profitieren können. Das ist uns wichtig, dass wir uns willkommen in einer unserer Einladung in einem unserer Einladung in der Einladung für den Einladung, die es in der Einladung kann sich in der Einladung registriert werden. Außerdem von einer kurzen Seite der Information, wird unser Casco Antigu in einem passen über die Stadt in verschiedenen Sprachen. Und dann wird unser Casco Antigu in einem verschiedenen Sprachen noches recién gelados, durante un agradable aperitivo. Desiderate imparare il tedesco o migliorare le conoscenze già acquisite? Vi aiutiamo a trovare il corso giusto a seconda delle vostre esigenze. Al nostro sportello Welcome Desk, presso il municipio, siamo a vostra disposizione da lunedì a giovedì, dalle ore 14 alle 18, per brevi consulenze gratuiti. Impartiamo volentieri anche informazioni su altri argomenti come la ricerca di lavoro, il riconoscimento dei diplomi, le assicurazioni sociali o la ricerca di un appartamento. Venite a trovarci, vi indicheremo volentieri l'interlocutore giusto per le vostre richieste. Or attend one of our information events offered in various languages. Here you can learn more about meaningful topics that are important for your everyday life in Zurich. Leisure time activities are also covered. We would be delighted to recommend ways to get to know people more quickly or how to become involved as a volunteer. In addition to this, twice a year, we run the course for women, daily life in Zurich. This course is offered in many different languages languages in parallel and has childcare available. Prenez le temps de visiter notre site web. Vous y trouverez de plus ample information en différentes langues sur les thèmes et les événements qui peuvent vous être utiles. ... ... ... ... Vielen Dank.